Hallo, ich bin die Miriam. Ich bin die Laura. Und wir eröffnen bald am 7. Oktober in der von Römerstraße unser Secondhand-Chef von Anders. Zukünftig wird es dort auch Workshop-Angebote geben, so Kreativ-Nachmittage. Und das Angebot richtet sich hauptsächlich an die jungen Menschen beendet und beiratet. Genau, also wenn ihr Lust habt, nachhaltig einkaufen zu gehen oder einfach mal vorbeikommen wollt, Häkeln lernen, Makramee oder irgendwas anderes Kreatives, dann schaut bei uns vorbei ab dem 7. Oktober in der von Römerstraße 1.